Ach der Spot, Junge. Oh, meine Maus. Also ich hab ja mal ne Idee, ne? Vielleicht könnten wir das ja mal so machen, dass wir vielleicht mal ne halbe Ewigkeit 5 gegen 5 hier claninternen Tower spielen. Können wir vielleicht nachher darüber reden? Können wir machen. Wenn der Schimmelkeks wieder da ist. Gehst du weiter drun? Ja, ja. Oh Mann, das sind schon Kekse. Äh, Hedge ist zu. Wenn ich Baradet auch bauen kann, wäre cool. Ja, wo ist die Hedge? Ähm, du gehst bei Thatcher dorthin runter. Das ist die Hedge. Du gehst durch die Tür links. Aber wie er direkt ausrastet. Ja. Hallihallo, die Threadcheckgranate ist da. Oh, nix erwischt. Oh, nix erwischt. Oh, nix erwischt. Oh, nix erwischt. Wirklich. Chip mal, chip mal, chip mal. Ich bin runtergefallen. Vor der Eckleine Raum ist safe. On-Spot sind zwei in den Ecken. Auf pink. Ey, der Raum ist nicht safe. On-Spot, in jeder Ecke einer. Hinten durch. Warte, ich werd noch eins. Warte. Achtung, Ella kommt. Auf pink. Ist jetzt auch hinten in der Ecke. Oh, what the fuck. In jeder ist einer. In der einen sogar zwei. Oh, fuck. Ja, alle in den Ecken. Aber Ella. Alle hinten in den Ecken. Da war noch was. Einer links, eine rechts. Regil rechts, Rook links. Ah, links ist der Rook. Ja, rechts in der Ecke auch. Und rechts noch einer. Ey, Leute. Das ist peinlich. Das war peinlich, ja. Was ist denn da passiert? Darf ich, okay, darf ich jetzt gemein sein? Hör mal, hör mal, hör mal, hör mal. Schreib einfach irgendwas. Oh, verdammt. Ich hab heute Morgen einmal drei gespielt. Das meck ich direkt. Mal. Ugh. Traditioneller Saal. Da vorne. Jep. Hab ich grad noch in der Kamera verschwinden sollen. Leise, 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 leise. Ich denke, IQ. Ja. Okay, das ist ein Dropshot, Huren-Söhne. Gut zu wissen. Weil der Huren so'n grad getropshotete. Ja, ich hab gut zu wissen gesagt. Das leise, das leise, 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 alter. Achso. Obens, Steps. Ich setze den Sensor ein. Herzschlag-Sensor aktiviert. Oma's lecken, Cox. Ist alle nach oben. So, die Grenz, die grenzwertige Ortfall überlasse ich mal dir, Adrian. Ja, traditioneller Saal immer noch. Ey, chillt mag ich ja ganz gut. Was ist der letzte? Hab ich grad Steppen gehört? Kann aber auch Frost gewesen sein. Nein, definitiv bei mir. Sehr gut. Na schön. Ich hab die ganze Zeit hinterher gerannt, oder? Die war versteckt bei mir im Hals und schießt noch weiter. Bitte, Leute. Da ist grad Kavera gewesen. Die hat mich nicht gesehen. Da vorne. Und ich ver-aim komplett. Ist down. Kaputt. BD hinter dir. Irgendwo. Ist definitiv einer. Der war bei dem, äh, blauen, also bei Kavera. Kavera von hinten? Auch kaputt. Ja, das war das Scam. Ich hatte so'n Gefühl. Wie viel steht's? 1-1. Ja. Oh. Drei Frakes gegammelt. Danke, der. Morgen geh ich meinen Mietwagen ab. Probe nie. Die Gegner haben die Zulgefahrungsbehälter lokalisiert. Ich bin einmal auf jeden Fall getroffen und er hat immer noch Hälfte der HP. Nee, das ist wieder was, wird auch irgendwie nicht möglich. IQ ist schon vom Raum auf Peng. Mach die Caps. Sehr gut. Adrian, da war sie neben sich. Adrian, direkt neben dir offen, ne? Ja. Hier beim Wind-Low-Kösche. Sorry, wenn man raus-tappt. Termite down. Sehr gut. Hier ist noch einer. Fuse, Fuse kommt. Fick nichts, gepinkt. Ich hab da vorne eine Cam hängen. Ich bin in den Cams, Leute. Spiel, konzentriere dich hier drauf zu spielen. Hm. Kannst du mal die vor dem Küchenfenster gehen und sagen, wo der ist? Links, rechts? Ja, gar nicht. Also ich seh nicht. Oben ist noch was. Rechts ist der jetzt. Aber der steht da noch nicht, glaub ich. Und ich seh nicht. Einer steht, äh, Ostseite. Sophia. Kommt diesen Gang lang. Ja, ich verstehe. Schieß mal die Barrikade schnell weg. Ey, einer kommt auf das Kitschenfenster. Fuse kommt auf das Kitschenfenster. Fuse ist wieder weg. Good job. Die Banner tot. Ich hab auch ne Breaching Charge. Ach, verdammt. Alter, gewinnt das jetzt. Links. Fuse. Das links, gut. Spiel doch safe, spiel safe. Ich glaub südlich ist einer. Und einer ist im Hallway. Lol. Ey, was ist los? Ey, ich hab doch nur diesen scheiß Kopf getroffen. 2 gegen 4. Ah, okay. Aber er hat ja auch nen Headlight gedrückt. Ganz am Anfang. Komisch, dass er die nicht gekillt. Patches aufmachen, Leute. Ich brauch Hilfe. Ich bin ein Banner. Ja, 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 ich kann mal mit. Und wir rennen dazu viert lang. Ich versuch die Banditleitung alles wegzumachen. Block nicht. Schön. Boah, was war denn das, Alter? So schlecht. Wir müssen in Media reingehen und da ist die Hedge. Hab ich grad richtig gesehen, dass Media einer ist? Hm, gesehen oder gehört? Gehört. Nein, wir müssen in Media rein. Hab ich gesagt. Ich weiß nicht, ob du was anderes gehört hast. Ich hab grad irgendwie ein Schrein hören, deswegen. Patch auf. Nicht drum kurz. Klein, cover mal. Aktiviere Dosen. Danke, Speedy. Kein Problem. Halt nach die Drohne. Ich werd gespottet. Da ist Valkyrie bei dir. Wax steht unterm Head. Oh, Nitro. Ja, bleib dir mal an der Head. Ich stehe wieder. Ja, hab die Camp. Da sind schon zwei Nitros hochgeflogen. Viel mehr darf da nicht kommen. Darf ich bitte ein bisschen Ruhe haben? Eine Minute. Mach da mal kurz auf, gell? Okay. Von wo wurde es erschossen? Nein. Alter, bin ich dumm. Landet. Auf. 27. Scheiße. Burt, kannst du hier die Teile wegmachen? Nein, gell? Ich hab keine Drohne mehr. Nein, wo? Ah, Bandit ist in diesem kleinen... Ah, fuck. In dieser Bar. Eppi. Alter, ich warte gar nicht. Bei dem Timing würd ich schon fast sagen Hexer. Nein, das ist kein Hexer. Rock hat gerade genau im perfekten Timing geguckt, sonst wär ich da einfach durchgeschlüpft. Ja, weil er wusste, dass... ...wann sich nicht einmal schnell Essen holen. Gerät wurde aktiviert. Puh. Keine Sorge mehr wegen der Kanaten. Ich setze Stacheldraht ein. Stacheldraht wird eingesetzt. Hat noch jemand zwei Wände? Nein. Ich guck mal, was... Interrogation. Interrogation. Oh, geil. Ab ihrer Position. So, wo sind's denn alle? Alle nach oben. Ja. Dann würd ich sagen chillen. Zeit spielen. Nicht rushen lassen. Beziehungsweise nicht tot rushen. Da ist gerade einer runtergesprungen. Ja. Hier vorne. Einer Galerie. Unter der Welt... Unter Weltcam 3. Genau drunter. Drohnt jetzt. Ziele lokalisiert. Erster Stock. Die werden hier wieder aufmachen. Die Banner hab ich. Sehr schön. Geil. Bei Black Eye 1. Oh, lol. Wow, warum komm ich auf der Taste? Ash gepinkt. Ja, ist in dem Raum drin. Spielt safe, bitte. Kavera, kannst du bitte in die dritte Camp gehen und sagen, wenn einer am Fenster ist? Zweite Camp geht hallway entlang. Ich bin in allen Camps. Einer ist hallway. Ich bin in den Camps, Leute. Okay. 15 Sekunden noch. Alle, beide in dem Raum, beide im Raum. Einer ist low. Wow. Wow. Wirklich? Ich hab noch nicht mal nen Assist für den Teamkill bekommen? Och, schade. Woll. Ich hab den zu low geschossen. Er hatte vielleicht noch 10 HP. Ich krieg noch nicht mal nen Assist. Komm, die eh nicht. Also ohne Scheiß, das ist mein ich gar voll ernst. Alter, verdammt. Den hätte ich interrogaten können, wenn ich ihn nicht vom Fenster geholt hätte. Mr.Bucker. 10 Kills, find ich gut. Warum ist er offen? Ich platziere eine AVF. Die kriegen ja nicht mit. Warum ist er nicht versteckt? Ey, versteck da mal bitte. Willkommen, einer her. Speedy, hast du noch? Ich hab keine Wände mehr. Klein. Verdammt, nee. Hm? Nein. Oh, verdammt. Warte mal, ich war da wen. Ja. Hier vorm Fenster ist einer. Wie ist er? Leise, 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 leise. Ash rennt weg. Hier beim Fenster. Keiner mehr am Fenster. Ist grad weggerannt. Ah, fuck. Was geht mit ihm ab, Alter? Keiner am Fenster. Oh, Hibana? Dumme, fette Kind. Deutsch, meine Damen und Herren. Wir sind schon im Hallway, äh, südlich vom Raum. Drei Stück, drei Stück südlich vom Raum. Hier sind noch Steps. Da sind sogar Füße. Gu-Falle hier ausgelöst. Leon, geh mal ein Stück weg. Gisch, geh weg. Abash. Good job. Da war noch wer. Hier sind noch Steps. Westlich vom Raum. Einer auf jeden Fall nach oben. Dota, äh, was sagen die Fenster-Camps? Also an den Fenstern ist so nix. Doch, jetzt kommt einer. Hier ist einer ge-dropped. Er ist gedroppt am Fenster, Jackal. Link ist, recht ist jetzt, recht ist. Nein, ich markiere nicht. Recht ist Fenster. Jetzt ist er rechts vom rechten Fenster. Also zwischen. Er liegt, er liegt, er liegt rechts vom rechten Fenster. Wow. Also jetzt. Fenster, 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 Fenster. Vergesst das Fenster nicht mehr. Hilfe. On Mark. Ja. Alter. Der letzte ist on Mark. Ist durchs Fenster durch. Ja. Sehr schön. Ah. Mein Gott, ey. Wenn ich am Nachland, steht die Ducke wieder vor mir. Die reden auf jeden Fall nicht wirklich miteinander. Ah, drei anderen immerhin. Das ist so. Mensch, ein Skinder. Alter. Alter. Mein Finger ist fettig. Das ist nervig. Ich bin T inning. Ich bin Tanne. Ich bin Tanne. Er war gerade noch im Hauptgang. Da vorne Drohnen, Adrian Warte, ich drohnen Ich drohnen Achtung, die haben einen Kapp dran Drei Traps sind down Drei Traps sind bereit Ich glaube Ich glaube Gefiel gewastet Kann ich runterkleinen? Ja, müsste es ja Also ich habe Media jetzt nicht gecheckt Aber bei Hibana und so müsste alles clean sein Aber wir waren nicht Media Ne, Media war ich nicht Kapp kann richtig laufen Achtung, ein C4 kommt hoch Achtung, ein C4 kommt hoch Ein Active Bandit nicht verhindern Von der Küche Ich droppe Nein, der Kapkan ist unterm Drop Fuck Ich bin gerade runtergekommen Nix gesehen Alter, was macht der denn? Alter Äh, Kapkan What the fuck, Alter Kein schlechter Schuss Was zum Fick, Alter Er war ein Kopfschuss So wie Glow wie der war, hätte der down sein lassen Das war ein What the fuck Ob du dich alle holen lassen Machen Machen Ist amsehnlich, aber für mich ist nicht Zeit Leise, leise, leise. Warum ist die Wand denn noch offen, Mensch? Restaurant-Corridor-Steps. Süden. Wir sind oben im Atrium. Ganz oben auf dem Drahtgestell da. Am Atrium. Okay, das waren beide. Leise, leise jetzt. Oh Mann, fuck. Biet einfach safe, Leute, bitte. Können wir nicht, weil die lange Wand hier auf ist. Hedge geht auf. Über die wird auch aufgehen, Jürgen, pass auf. Küche hält, genau, okay. Ey, okay, wir hatten die Camps. Da peaked einer. Könnte auf 3-firen. Nein, Martin, ich gehe in die Camps. Da ist einer, da ist einer, unmarked. Links von mir gewesen, bei der Tür. Alles klar. Nein. Es ist fast legit gerade jeder in meine Goumine gestiegen. Ja. Wer hat die lange Wand hinten wieder nicht verstärkt? Ja, ich verstehe das. Ich war es Reinforcet ja nicht, Alter. Ihr macht diese Wand in den Leben auch zu. Ich war der Einzige, der da Reinforcet hat. Schade. Ja, ich war das. Das ist immer so, ich war das. Ich bin der Ich bin der Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020